Habt ihr schon mal erlebt, wie Zuckerl in einer 150 Jahre alten Handwerkstechnik gemacht werden? In der Zuckerl-Werkstatt in Wien kann man nicht nur Zuckerl naschen und kaufen, sondern dieses alte Handwerk hautnah erleben. Die Zuckerl-Werkstatt befindet sich in der Wiener Innenstadt und die Führungen dauern eineinhalb Stunden und kosten für Erwachsene 11,90 und für Kinder 7,90 Euro. Ein tolles Erlebnis für Groß und Klein, zu sehen, wie Zuckerl in 100% Handarbeit produziert werden. Untertitelung des ZDF, 2020